Wir brauchen dich im Team! Steh mit uns zusammen für die Gesundheit der Männer ein. 15 Jahre lang habe ich Interviews über Hockeyauskunft gegeben. Heute geht es um ein anderes Thema, über die Gesundheit der Männer. Jedes Jahr im November tragen Tausende von Männern weltweit den Schnauz, um auf Hoden- und Poschata-Krebs aufmerksam zu machen. Hodenkrebs ist in der Schweiz die häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern. Mit 6'100 Fällen pro Jahr ist Poschata-Krebs die häufigste Erscheinungsform verklebt, wie Männer übersiede zu gehen. Und genau darum kämpfen wir Jahr für Jahr mit dem Schnauzkirchen an. Darum bist auch du ein Teil von unserem Team und steh mit uns für die Gesundheit der Männer ein.